Guckt ihn euch an, dieser kleine Geier. Er tut so, als hätte er noch nie im Leben was zu essen bekommen. Er liebt Bananen. Oh, plötzlich ist er da. Guckt wie ein kleiner süßer Engel und guckt ganz, ganz mitleidig. Ich schaff's natürlich nicht, ohne ihn zu essen und denkt mir, okay, geben wir ihm mal was ab. Wenn andere das sehen würden, die würden denken, der arme Hund kriegt nie Liebe und nie Leckerlis. Ja, guck mal, ganz traurig. Er guckt immer so traurig. Ja, was macht Mama? Gibt ihm das? Guck mal, er schielt sogar, wenn er was der Christ ist. Und hopp, hat er das bekommen und guckt wieder traurig.